Jetzt kommen wir zu einem Thema, das Ihnen ganz sicher gefallen wird. Das ist ein Thema, von dem viele das ganze Jahr träumen. Der Urlaub. Chris Pohl hat drei Deutsche gefragt, wie sie die schönste Zeit des Jahres verbringen. Hören Sie zuerst Frank Gras. Er erzählt von einem interessanten Urlaub in Griechenland, ohne große Organisation vorher. Wo waren Sie dieses Jahr im Urlaub? Ich war mit meiner Frau in Griechenland. Wir waren zuerst in Athen und sind dann noch etwas auf die Inseln gefahren mit dem Schiff. Waren Sie mit einer Reisegruppe dort? Nein, wir waren nicht mit einer Reisegruppe dort. Wir machen das normalerweise nicht. Wenn man mit einer Reisegruppe fährt, dann hängt man an einem Ort fest und ist dann auch meistens in einem Hotel, das mit dem Reiseland wenig zu tun hat. Da gibt es dann meistens deutsche Speisen und deutsches Bier. Und ich fahre nicht ins Ausland, um dann wie ein Deutscher dort zu leben. Also wir reisen meistens individuell. Wir buchen Flüge und stellen uns dann unser Programm selbst zusammen. Und was haben Sie für ein Programm zusammengestellt? Wie sieht das dann aus? Ja, wir waren sie erst drei Tage in Athen, haben dort die wichtigsten Dinge besichtigt und sind dann von Piraeus aus mit einem Schiff nach Samos gefahren, haben dann Samos erreicht und die Morgengrauen sind wir an der Küste entlang gefahren. Da habe ich dann einen kleinen Ort entdeckt und habe durch das Fernglas geschaut und dort ein Hotel gesehen. Und das sah sehr schön aus und dann sind wir, nachdem wir dort im Hauptort angekommen waren, dann gleich haben wir unser Motorrad gemietet und sind dann in dieses Hotel gefahren, das wir vom Schiff aus gesehen hatten und das hatte tatsächlich noch zimmerfrei. Das heißt, Sie haben dann einen Motorradurlaub gemacht? Ja, ich selbst kann nicht Motorrad fahren. Meine Frau kann Motorrad fahren und wir haben dann ein größeres Motorrad genommen und sind dann immer zu zweit drauf gefahren. Das ging eigentlich ganz gut, nur einmal sind wir in einer Kurve etwas von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Mussten Sie den Urlaub dann abbrechen oder konnten Sie dort bleiben? Nein, nein, wir konnten dort bleiben. Sogar das Motorrad fuhr dann noch. Ja. Sie sehen, es war kein Urlaub, wie er im Katalog eines Reisebüros zu finden ist. Wenn man nichts organisieren will, kann man mit einer Reisegruppe fahren. Was denkt Herr Gras über diese Reisegruppen? Findet er sie positiv? Ja oder nein? Nein, er findet sie nicht positiv. Warum nicht? Hören Sie. Ich fahre nicht ins Ausland, um dann wie ein Deutscher dort zu leben. Aha. Er möchte also nicht wie ein Deutscher im Ausland leben. Und wie organisiert er seine Reisen? Hören Sie. Wir buchen Flüge und stellen uns dann unser Programm selbst zusammen. Das Reisebüro reserviert unser Hotelzimmer. Und das Hotel auf der griechischen Insel Samos? Wie hat er es gefunden? Er hat es in Deutschland gebucht. Ja oder nein? Nein, er hat das Hotel nicht in Deutschland gebucht. Er hat es erst gefunden, als er schon auf dem Schiff war, durch das Fernglas. Und hat durch das Fernglas geschaut und dort ein Hotel gesehen und das sah sehr schön aus. Das ist also auch eine Möglichkeit für spontane Leute. Nur eine negative Sache gab es während des Griechenlandurlaubs. Das mit dem Motorrad. Haben Sie verstanden, was mit dem Motorrad passiert ist? Sind Sie von der Straße abgekommen? Oder sind Sie zu schnell gefahren? Sie sind von der Straße abgekommen. Sie haben einen Unfall gehabt. Wiederholen Sie. War der Urlaub nun damit zu Ende? Ja oder nein? Nein, der Urlaub war nicht zu Ende. Gott sei Dank, es war nur ein kleiner Unfall. Nein, wir konnten dort bleiben. Sogar das Motorrad fuhr dann noch. Nun, wie gefällt Ihnen diese Art, den Urlaub zu verbringen? Aber bevor Sie über Ihren Urlaub nachdenken, sollten Sie noch ein klein wenig die Grammatik üben. Wenn Herr Gras über seinen Urlaub spricht, erzählt er natürlich in der Vergangenheit. Der Urlaub ist ja schon lange vorbei. Er sagt zum Beispiel... ...und sind dann noch etwas auf die Inseln gefahren. Wiederholen Sie. Wir sind gefahren. Und wir haben dann ein größeres Motorrad genommen. Wiederholen Sie. Wir haben ein Motorrad genommen. Er benutzt also das Perfekt. Nun, nehmen wir zuerst einige Verben im Infinitiv und im Perfekt. Beispiel... ...haben... ...ich habe gehabt. Nun Sie. ...wohnen... ...ich habe gewohnt. ...mieten... Jetzt mit starken Verben. ...nehmen... ...nehmen... ...ich habe genommen. ...lassen... ...ich habe gelassen. ...und zum Schluss noch ein paar Verben mit sein. ...fahren... ...ich bin gefahren. ...fliegen... ...ich bin geflogen. ...zurückkommen... ...ich bin... ...zurückgekommen. ...sein... ...ich bin... ...gewesen. Sie hören nun Sätze, in denen das Verb am Ende fehlt. Sie sollen das Verb finden und es in der richtigen Perfektform einsetzen. ...wollen Sie ein Beispiel? Letztes Jahr sind wir ans Meer... ...gefahren... ...und jetzt Sie. Letzten Sommer haben wir einen langen Urlaub... ...gehabt... ...wir sind in Griechenland... ...gewesen... ...unser Auto haben wir zu Hause... ...gelassen... ...wir sind mit dem Flugzeug... ...geflogen... ...dann haben wir ein Motorrad... ...gemietet... ...vier Wochen lang haben wir in einem Hotel... ...gewohnt... ...wir sind ganz braun... ...zurückgekommen... Nun... ...braun zurückgekommen... ...ist Herr Gras ganz sicher aus seinem schönen Griechenland-Urlaub... ...und vermutlich auch der Herr aus unserem folgenden Interview... ...der eine ganz andere Art von Urlaub gemacht hat. ... ... ... ... ... ... ... ... ...